Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Lecker, ich werde gebacken und dann gibt es Kuchen. Äh, irgendwas stimmt da dran nicht. Ähm, the cake is a lie? Ne, also ich werde gebacken und dann gibt es Kuchen. Äh. Warum nicht? Hui! Äh. Äh. Dann halt so. Äh. Oh, meine Fresse. Das war knapp. Also langsam wird es jetzt wirklich so ein bisschen, äh. Ein bisschen böse. Kotzmäßig, äh. Ah, dadadadadada. Ah. Oh, das war doof. Das war ziemlich doof. Ein bisschen hoch. Das ist ein bisschen eklig da unten. So grün und so. Es riecht ein bisschen mies. Ja. Es freut mich nicht, wie ich es riechen kann, aber es riecht mies. Ja, ich habe es auch fast, glaube ich. Gerochen. Was ist das denn jetzt? So, ähm. Da, dumme Kamera, ich kann die nicht abnehmen. Ich will keine Kamera. Ja, Brunhildas Augen. Whatever. Äh, da muss ich rüber. Oh, yeah. Mega Spursoff. Wursch. Hatte ich schon mal gesagt, dass ich es liebe? Oh, jetzt wird es lustig. Ah, die Kammer ist auch toll. Oh. Wow. Ja, wie gesagt, die Kammer ist toll und so. Scheiße. Ja, so ein bisschen, ne? Ich bin dir nicht böse, Stamper. Hm. So, die Viecher müssen irgendwie weg. Ähm. So. Äh. Das müsste doch eigentlich... Äh, das Ding ist vollkommen außer Kontrolle. Ja, äh. Ach du Scheiße, die Kugel tut mir leid. Ja, die Kugel ist auch nur... Ähm. So. Da und da. Dann ist der auch weg. Äh. Wie komme ich denn an den ran? Ähm. Guck mal nach links. Da und da. So. Oder so. Oder so geht's auch. Da ist nämlich auch so eine Platte, ne? Ja, da sind ganz viele Platten, aber erst mal müssen die ganzen Droiden weg, damit ich kein Aua krieg, wenn ich hier rumlaufe. Hättest du deinen Begleiter, Kubis, bei dir? Ja, hätte ich den jetzt bei mir. Der hätte mir bestimmt viel geholfen. Ja. Aber du musstest ihn verbrennen. Ja, ich muss ihn... Wadadadada. Du siehst mich gar nicht. Das ist nur eine Illusion. Da und da. Diese Anlage scheint schon sehr lange im Betrieb zu sein. Guck dir die Aufprallstellen an den Wänden an. Hallo? Äh. Bisschen, Kabu. Tschüss. Okay. Ein bisschen mehr kaputt. So. Fehlt noch irgendeiner? Ähm. Ja. Alle weg. So. Jetzt muss ich überlegen. Äh. Was ging denn hier nochmal ab? Party. Bist du? Ich hab nicht gesehen. Ah. Panik. Hm. Das war schon mal nicht richtig. Hab ich gesehen. Ja, ich hab mich auch gesehen. Yay. Plupp. Ähm. Nee. Hä? Da muss ich jetzt erst mal ein bisschen überlegen. Mein Gott. Stamm, musst du was nachdenken. Kannst du das machen? Ja, das ist, das ist tricky. Ah, dann. Kannst du überhaupt nachdenken? Yes, I can. Äh. Schieß da. Ah. Oh, geschafft. Geschafft. Ich weiß nicht, ob's richtig war, aber ich hab's geschafft. So, was ist jetzt an oder kaputt? Jetzt ist der Fahrstuhl da an. Ähm. Das heißt, ich muss da rüber. Schon mal gut zu wissen. Oh, Kamera. Kannst du die kaputt machen? Yay. Wirf sie rein. Wirf sie in den Saft. Ui, in den Saft. Ah, Panik. Muss da rüber. Ja, beweg dich. Hopp, hopp, hopp. Oh, ich sollte nicht hüpfen. Dann falle ich hinten runter gleich. Da könnte ich auch noch runterhüpfen. Äh. Ich erinnere mich nicht mehr an die hier. Da kann ich irgendwas machen. Was kann ich denn hier machen? Aha. Okay. Ah, ich erinnere mich. Das ist gut. Ui. Ich erinnere mich nicht. Hey. Das ist toll. Warum ich auch... Äh, hier ist okay. Jetzt hab ich das Ding. Ähm. Äh. Hm. Das ist kein Begleiter-Kubus. Das ist ein stinknormaler-Kubus. Ich weiß, der hat keine süßen Herzchen. Keine Herzchen. Nur so ein dummes Apertise-Science-Logo. Ah, fick dich, Kubus. Fick dich. Ähm. Äh. Da muss ich rüber. Drei, zwei, eins. Gironimo. Ich hab'n Kubus. Wer ist überhaupt dieser Gironimo? Und warum sagen alle seinen Namen? Weiß ich nicht. Das war irgend so ein Indianer-Heini, meine ich mal. Gelesen zu haben. Du kannst lesen? So. Wie komm' ich da jetzt wieder zurück? Ah, du bleibst da und, äh, da drüben hätt' ich rübergemusst. Scheiße. Oh. Ich könnte? Ne, kann ich auch nicht. Ähm. Scheiße. Komm her, du dumme Plattform. Will nicht warten. Au. Du könntest Kuchen essen. Ja, ich will Kuchen. Ich hab' gerade eben schon Kuchen gegessen. Nein, ich nehm' jetzt einen Schluck von meiner Moderatoren-Cola. Ich hab' jetzt gerne Eistee tritten, aber... Du hast keinen. Ne, ne, der wird gerade geholt. Ach so, hast du dein Milch angewiesen, oder was? Ah. Ja. Äh. Ich hab's geschafft. Was auch immer. Bzw. zu, als er ist jetzt von selber losgegangen. Auch gut. Hast du ihn gut dressiert. Aber immer noch. Man sollte seine Tiere immer gut dressieren. Äh. Panik. Nein. Boah. Das war gruselig. Ein bisschen. Ich glaub, ich hab's geschafft. Ne. Wir haben noch nicht fertig. Kamera. Rechts. Ja. Ja. Hm. Wie kann ich den quälen? Nicht in den Saft. Oh. Hehehe. Hihi. Oh. Egal. So, und... Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Die ist... Da oben irgendwo muss ich hin. Da. Oh. Shit. So. Ähm. Orange. Äh. Orange, orange. Blau, blau, blau. Ah. Da, da, da. Scheiße daneben. Ne, Quatsch. Und nochmal. Äh. Ah. Mir ist schlecht. Wo muss ich hin zielen? Da muss ich hin zielen. So. Jetzt bin ich weiter oben. Äh. Da am Blaues hin. Ups. Äh. Mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Ah. Da, da, da. Warte, hab ich's geschafft? Nein, hab ich nicht. Äh. Kotzen. Alter. Oh. Aber diesmal hab ich's... Nee, diesmal hab ich's immer noch nicht geschafft. Oh. Warte. Du triffst über die Wand. Ich hab's immer noch nicht geschafft. Was soll der Scheiß? Ja, du triffst über die Wand, wie gesagt. So, jetzt aber. Ja. Ähm. Ha. Beim ersten Anlauf. Uhuhuhu. Ach, du Scheiße, war das die Kacke. Elektro-Tänen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Ja, ich, ich, äh, möchte mal so ein Elektro-Sicherheits-Seminar besuchen gerne. Und zwar jetzt sofort. Das gehört sich so für Eistee. Nein. Das ist meiner ein Stück Kutenfleisch. Ach so, auch lecker. Ja. Hui, Testkummer 19. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät in Geräterückgabe-Komplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Guck mal, Kuchen. Ähm, Brunilda, geht es dir gut? I don't know. I see myself falling. Menno. Ähm, egal, da, Kuchen. Oh, äh, äh, äh. Kuchen, da. Kuchen, Kuchen. Letzter Test. Und Kuchen. Und du darfst kein Wasser trinken. Dann da. Pui. Wow. Ja, ich bin gut. Ich weiß. Ja, stopp. Fühl dich gepatzert von mir. Papp, papp. Juhu.